Herbst gegen Rechts. Unter diesem Motto versammelte sich heute die Mehrheit in Göttingen. 1500 Menschen demonstrierten gegen die deutlich kleinere Demo aus dem Querdenkenspektrum. Eine Funktion hier in unserer Regierung, in der niedersechschischen Regierung. In der niedersechschischen Regierung bin ich der Minister für Soziales, Arbeit, Gleichstellung und Gesundheit. Ich halte es für extrem wichtig, Flagge zu zeigen, gerade gegen Menschen, die versuchen uns mit Lügen hinter die Fichte zu führen. Wir brauchen eine starke demokratische Gegenbewegung. Die Polizei nahm zwei Demonstranten fest, die bei den Bränden mitgemischt haben sollen. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Ich bin der Minister für Soziales, Arbeit, Gleichstellung und Gesundheit. Die 72-jährige Richarda Danielzig von den Omas gegen Rechts hält die Querdenken-Demo für rechtsradikal. Es geht einfach darum, dass diese Menschen, der Großteil der Menschen, rechtsradikal sind, dass die Leute bedrohen, dass die die Demokratie abschaffen wollen. Sie haben Recht, das sind auch Querdenker. Es sind aber auch sehr, sehr viele Rechte dort. Die Möglichkeit zu holen, auch die Leute bedrohen. Musik Zurück zu den Omas gegen rechts. Auch sie blockierten eine Straße am Eingang zur Göttinger Innenstadt. Hier werden Straßen blockiert. Finden Sie das in Ordnung? Ja. Warum? Weil ich denke, dass diese Menschen nicht durch Göttingen gehen sollen. Das sehen viele bei Herbst gegen rechts so. Beim Herbst-Erwachen-Protest der sogenannten Querdenker wird das zurückgewiesen. Wir werden hier als Nazis tituliert Rechtsradikale. Die hetzen bis zum Göttingen. Das haben Sie von diesen Menschen hier noch nicht einmal gehört. Wenn Menschen eine andere Meinung nicht tolerieren und das mit Argumenten brennender Holzpaletten unterstreichen, gibt es da glaube ich nicht viel zu sagen, oder? Herr Helmer, Sie sind Politikwissenschaftler am Institut für Demokratieforschung an der Uni in Göttingen. Müssen wir die Querdenkerbewegung so hinnehmen, akzeptieren, bekämpfen? Ist sie gefährlich? Wie schätzen Sie das ein? Es ist natürlich eine große gesellschaftliche Herausforderung, wenn ein Protest nicht nur einzelne PolitikerInnen oder einzelne politische Entscheidungen kritisiert, sondern das politische System insgesamt infrage stellt. Wir finden allerdings auch nach wie vor vereinzelte Drohungen, dass man PolitikerInnen zur Rechenschaft ziehen würde. Immer wieder gibt es ja auch Querdenker-Demos. Wenn es welche gibt, dann auch Reichsbürger oder Rechtsextreme. Was sagt uns das, dass da offensichtlich keine Abgrenzung stattfindet? Also wir sehen wirklich regelmäßig, dass Querdenken Verschwörungserzählungen von rechtsradikalen Akteuren wiedergibt, sich zur Eigenmacht. Wir sehen bei der Reichsbürgerbewegung, dass die Annahme geteilt wird, dass Deutschland kein legitimer, souveräner Staat sei. Was dort eine sehr weit verbreitete Verschwörungserzählung ist, die auch Querdenken sehr stark vertritt. Also Verschwörungserzählungen als etwas, was man immer wieder findet bei den unterschiedlichsten Gruppen. Was heißt das jetzt alles für uns als Gesellschaft? Untertitelung des ZDF, 2020